Herzlich Willkommen bei uns im Wolfsbau. Wir zeigen euch jetzt ein paar Übungen, die ihr im Sinne von Fußballgolf zu Hause machen könnt. Übung Nummer eins ist, über den Wäscheständer spielen und in den Wäschekorben hinein lupfen. Übung Nummer zwei ist, unter den Wäscheständer hindurch spielen. Bei einem Hütchen vorbei und dann einen Pass in den Wäschekorben. Übung Nummer drei ist, wir haben einen Parcours aufgebaut. Das Ziel ist, mit so wenig wie möglich Kontakten den Parcours zu bewältigen oder das Hindernis drüber zu spielen, wenn der Ball den Parcours verlässt, den Ball wieder dort hinlegen, wo er den Parcours verlassen hat und zum Schluss wieder in den Wäschekorben spielen. An der Wäschekorben. Annen. Annen. Was? Aba. Ja nur aus. Es wird dich alleine. Bebe. Dürfen. Annen. 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 hat nur einen Parcours mit vier Hütchentoren und das Ziel ist es mit so wenigen möglichen Kontakten das Ziel zu erreichen. Schade! Bei unserer letzten Übung war es das Ziel, wie zu wenigen möglichen Pässen es zu schaffen den Ball in den Kreis zu befördern, dass er liegen bleibt. Schafft man dies nicht, muss man zum Start zurück. O, Päd. O, Päd. Oh, knapp. Für unsere nächste Challenge, die Aufgabe ist es, jonglieren mit einer Globopie-Rolle. Schickt uns ein Video auf Instagram oder auf Facebook, wo ihr die Rolle mindestens 11 Mal in der Luft haltet. Unser Partner Eleven Team Sport verlost an drei Personen leh einen Trainingsball und die Einsendung ist bis 3.4. um 12 Uhr. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal.